Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Start in das neue Jahr war für die Aktienmärkte und uns Investoren und Börsianer sehr stark überraschend. Kamen doch dunkle Wolken über die Konjunktur von China und über den Erd-Ill-Sektor, der für Verunsicherung an den Märkten sorgte. Teilweise starke Verunsicherung. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach unseren Recherchen steht keine Weltwirtschaftskrise an. Kein Zusammenbruch der chinesischen Wirtschaft. Eine Abkühlung, ja. Aber das sind die Schwankungen, die in der heutigen Zeit normal geworden sind. Damit müssen wir leben. Deshalb von uns klar die Ansage. Wir lassen uns nicht nervös machen, denn wir haben gute und beste Qualität in unseren Portfolios. Aktien bleiben für uns strategisch wichtig und natürlich erste Wahl. Wir kaufen ja auch nicht Aktien, weil wir sie nach 14 Tagen wieder verkaufen wollen. Nein, es sind strategische Investments für viele Jahre und auf lange Sicht ist man da immer erfolgreich. So sehen das auch die Ausländer. Die Ausländer kaufen nämlich den DAX unbeirrt. Hier an der Grafik waren es im Jahr 2000 noch 36% Anteil am DAX, den ausländische Investoren hielten, sind es im Jahr 2015 schon 56% gewesen. Also das Ausland weiß sehr wohl, wo es gute Qualität gibt. Und auch hier an diesem Chart ist erkennbar, dass der langfristige Aufwärtstrend im DAX nach wie vor intakt ist. Ja, wir sind natürlich auch vorsichtig geworden. Unsere Ampeln stehen auf gelb, klar. Aber vom Panik- oder Crash-Desaster sind wir noch ein ganzes Stück weit empfand. Der Aufwärtstrend ist intakt und der Rücksetzer sollte seinen Boden gefunden haben. Viel mehr Sorge bereitet uns die Entwicklung des Bund Futures, dem Barometer für die 10-jährigen deutschen Staatsanleihen, der letzte Woche wieder die 160er-Marke überschritten hat. Das heißt, in Deutschland waren kurzzeitig alle Anlagen bis zu 10 Jahren im negativen Bereich rentiert. Und hier sehen wir großes Gefahrenpotenzial, dass institutionelle Investoren oder manche Hedgefonds-Konglomerate einmal das Wetten beginnen auf dieses niedrige Zinsniveau. Denn das ist für uns viel gefährlicher als wie die Schwankungen an den Aktienmärkten. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Markteinschätzung ist klar. Momentan ist die Staatsschuldenkrise im Griff. Wir sehen keine systemischen Risiken, auch wenn es auf der Welt natürlich viele unangenehme Baustellen und Terror gibt. Ja, eine Weltwirtschaftskrise ist definitiv nicht in Sicht. Das muss man klar sagen. Und auch China, auch wenn es etwas abgeschwächt ist, wächst im Jahr durchschnittlich immer noch um 625 Milliarden US-Dollar. Also produziert jedes Jahr ein neues Schweden. Das ist nämlich das Jahresbruttoinlandsprodukt von Schweden dazu. Also China wächst. Kein Totalzusammenbruch. Und die fundamentalen Fakten haben wir analysiert und immer wieder festgestellt, die sind in Ordnung. Es fehlen zurzeit die Alternativen zu Aktien. Die Nullzinspolitik treibt die Erträge der Firmen natürlich nach oben. Die Finanzierungskosten werden sehr billig. Die Rohstoffe, das billige Öl ist geradezu eine Konjunkturspritze per excellence für unsere Industrienationen. Das tut gut, die Weltwirtschaft wächst und die EZB und die Politik letztendlich wollen Wachstum haben. Sie werden also auch Maßnahmen gegen dieses Umfeld einleiten. Entscheidend ist, und da achten wir sehr stark darauf, dass man natürlich die entsprechende Qualität bei den Aktien hat. Wir investieren ausschließlich in Großunternehmen, die weltweit tätig sind, die ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell haben und eine stabile Dividendenrendite zwischen 3 und 5%. Das sichert natürlich auch gewisse Kursschwankungen nach unten ab. Die Großunternehmen sind auch stets krisenbewährt und haben alle die Krisen der letzten Jahrzehnte überstanden. Gute Qualität bleibt also Trumpf. Ein aktives Risikomanagement ist allerdings schon notwendig. Die Schwankungsbreite hat zwar zugenommen, ja, aber die Entwicklung an den Marken kann man natürlich nicht genau voraussagen. Tägliches Risikomanagement ist Pflicht. Sollten sich die Wolken- und Rahmenbedingungen weiter eintrüben, kann es sein, dass man die Aktienpositionen tatsächlich abbauen muss. Ansonsten nutzen liquide Investoren die jetzigen Kurse auch mal 20-30% billiger einzukaufen. In diesem Sinne ein glückliches Händchen und eine gute Börsenwoche. Ihr Andreas Glocker Bösen 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 Bösen